Jo, moinzen Leute, es geht diesmal um die Desert Eagle Carmo, und zwar hier findet ihr sie, Black Market, bekommt sie für, ihr seht schon, 2000 CP bekommt ihr einen Crate, für 9000 CP bekommt ihr 5 Crates, und für 16000 CP bekommt ihr 10 Crates, ihr könnt euch jeweilig die kaufen, ähm, ich rate euch immer die meisten, also, ja, je mehr desto besser, weil dadurch spart man mehr, und, ja, wir sehen uns jetzt in Game, so, es geht weiter. Ähm, das ist meine Lieblings-Desert, denn, das ist die schnellste Desert, die es im Crossfire gibt, also, ich meine, mit dem Nachladen, denn die braucht nur 1,8 Sekunden, und das ist wirklich langsam, äh, schnell, oh Gott, und, ähm, besonders gut ist, dass sie in 1,7 Sekunden, ähm, die Munition leergeschossen hat, 9 Rollets in 7 Sekunden, und das ist wirklich die kraftvollste Waffe, die ich kenne, also, bis auf eine Sniper, denn, äh, die macht schon mit 2, also, ihr braucht nur 2 Schüsse, dann ist der Gegner tot auf der Brust, und das ist wirklich viel, abgesehen, eine Rifle hat, braucht 3 Schüsse, und das ist wirklich schon echt krass, naja, kommen wir zum Review, vom Punkt Power her, auf den Kopf macht sie 96 bis 100 Damage von der Close Range, auf die Füße braucht sie 26 bis 36, und auf den Körper macht sie 45 bis 61 Damage, oh Gott, ich kann nicht mehr treffen, mit Rechtstipp bewirkt man leider nichts, ähm, denn, so war, dreimal One-Tap, wow, okay, ähm, oh Gott, die Mühe durchknallen, und damit kann man sehr gut One-Tap machen, naja, allgemein mit Deserts, oder nicht, egal, ähm, ja, sie ist nicht wirklich schwer, also, man kann wirklich noch schnell damit durchlaufen, durchs Battle, und, ja, ich kann sie euch nur empfehlen, sie ist ja für GP erhältlich, könnt ihr ohne Geld oder wirklich CP so erspielen, Ihr seht schon, sie perzieht mich wirklich doll, und das ist auch gut so, wie gesagt, das ist meine Lieblings-Resert, ich hoffe eure auch, ihr solltet euch sie holen, wenn ihr sie noch nicht habt, oh, und, ja, Munition, 9 zu 36, Oh, so ein miese Hacker, und von Aussehen hat sie ein Flecktarnmuster, also außenrum, braun-beig, oh, meine Tastatur macht gerade nicht mit, und, ja, ich denke mal, das war's, wenn etwa würdet ihr noch mehr Reviews schauen, ich werde jetzt auch mehr machen, denn, ich hab's wirklich zur Zeit vernachlässigt, und das tut mir auch leid, und, ja, Dankeschön an euch, dass ihr dennoch meine Videos schaut, und, bis denn!